Herzlich Willkommen, ich bin's euch Spooky und herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Ich habe ein paar kleine neue Infos für euch zu One Piece Pirate Warriors 2. So, auf jeden Fall, das Spiel hat jetzt einen offiziellen Release Termin für Japan und zwar den 20. März 2013. Wo ich das gehört habe oder besser gesagt gelesen habe, habe ich mir echt gedacht, WTF, was? In drei Monaten kriegen die das Spiel schon und wir kriegen das erst im Sommer. Das steht schon mal klar, wir kriegen das im Sommer. Wann genau, steht aber noch nicht fest. Aber, dass die in Japan das schon in drei Monaten kriegen, wann wurde das bestätigt, das Spiel vor zwei, drei Wochen? Naja, was soll man sagen, ich hoffe echt, dass die da was draus machen aus dem Spiel und nicht wieder das gleiche. Naja, lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, 20. März 2013 ist der Termin für Japan und für uns deutschen Kinder müssen wir bis Sommer warten. Wann genau, kann ich euch noch nicht sagen. So, dann haben wir hier ein paar Bilder oder ein Bild besser gesagt und zwar sieht man hier eine Playstation 3 und zwar mit dem neuen One Piece Pirate Warriors 2 Design. Sieht eigentlich ganz nice aus, aber ich fand sie von Pirate Warriors 1 das Design besser. Da gab es eine goldene PS3 mit Ruffy drauf und dem Logo von dem Game. Also, die war wirklich geil. Habe ich mir auch echt überlegt, ob ich meine Verkaufen mir die hole, aber da habe ich gedacht, nee, man, lassen wir es lieber machen. Dann sehen wir hier so eine CD, wahrscheinlich ist es eine Audio, das Spiel. Dann irgendwie ein Buch und irgendwelche Karten, also wo Ruffy, Zorro, Sanji und Namis sind. Also, keine Ahnung, was das ist. Darunter sieht man gleich Ruffy mit einem neuen Kostüm mit so einem riesen Fleischklops am Rücken kleben. Irgendwie so ein Mantel. Vielleicht ist das ein kleines, so ein Kostüm für das Game. Keine Ahnung, weiß man noch nicht. Wurde auch noch nicht bestätigt. Auf jeden Fall, ja. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier Nami, wurde bestätigt im Spiel aus der neuen Welt. Dann haben wir hier Lyssop aus der neuen Welt und Robin aus der neuen Welt. Und man sieht auch gleich mal ein paar Bilder, wie sie kämpfen. Mehr wurde eigentlich nicht bestätigt. Oben macht Ruffy eine neue Attacke, die ich aber nicht erkenne. Keine Ahnung, was das ist. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was das für eine Attacke ist. Falls das ja schon bekannt ist in den neuen Serien. Keine Ahnung. Ja, das war's von den Infos her. Falls wieder welche kommen, melde ich mich und ja, pack's euch rein. Falls ein Gameplay, Trailer oder irgend sowas kommt, packe ich das auch rein. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Ich bin euer Spooky, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.